Große Spaß mit Candles, ist angesagt. Yeah, wir entern gleich mal den Forest. Das heißt, wir gehen in einen bösen, bösen Fall. Oh ja, genau so will ich das. Ich hoffe, man sieht die Maus nicht, weil bei mir sieht man die Maus gerade. Das ist sehr, sehr hässlich. Die ist so, naja, sag mal 15 Meter vom Mittelpunkt entfernt und bewegt sich da nur minimal hin und her. Oh mein Gott. Erschrocken wegen den Kerzen, obwohl so und so nichts kommt. Oh, hüpf hoch, du Sau. Hüpf, du Sau, geht doch. Hüpf, hüpf. Da ist wieder unser alter Kumpel. Das sind ganz viele von diesen Spacken. Wie nennen wir sie? Wir brauchen einen Namen für die. Ich lass mir noch einen einfassen. Na, servus, la. So, jetzt ist die Tür zu, Kleiner. Jetzt gibt es hier gar nichts. So, die Maus ist weg. Und hängen tut es gerade irgendwie. Warum? Warum war ich jetzt auf einmal da hinten? Hä? Oh. Was soll denn das? Alter, scheiße. Scheiße, nein, was war denn der Sitz? Mach das Licht an. Danke. Shit, shit, shit. Mach die Kerzen an. Mach die Kerzen an. Schalala. Mach die Kerzen an. Schalala. Wieso waren da gerade die... Oh, hallo. Wieso waren da gerade diese Mongos drin? Ich weiß es nicht. Wieso knarzt hier alles, man? Das muss alles mal... Ach, der ist schon wieder. Jetzt, der ist schon wieder. Was war denn das jetzt? Bist du blöd, ey. Ach, wenn die Licht sehen... Ja, dann sind sie weg, die alten Homos. Vielleicht spawnen die ja immer gern da, wo... Kerzen sind. Fuck, fuck, fuck. Hau ab. Was war denn das? Oh. Alter, mein ganzer Körper besteht nur noch aus Gänsehaut. Fickt euch. Boah, leck. Was war denn das? Da geht's nicht lang, das weiß ich. Alter, fickt dich. Kranker Schiff. Kürze. So brauche ich das. Boah, leck. Das ist gruseliger, als ich dachte. Shit. Hör mal auf mit deinen Kasparlis-Geräuschen. Ach ja, wir wollten ja letztes Mal irgendwie in so ein anderes Zimmer kommen, aber nicht rein, weil uns ein Schlüssel fehlte. Diesen Schlüssel brauchen wir jetzt. Was ist hier drin? Hallo, du kleiner Oberpimmel. So. So. Da ist mein Kaspar drin. Hier. Muckt sich die jetzt. Bist du da drin? Kann ich dich nehmen? Kann ich irgendwas nehmen? Ist das für ein Kugel? Kann ich was nehmen? Wiss ich gar nicht. Oh, leck ist das gruselig. Scheiße. Ich bin jetzt gar... Boah, geschätzte zwei Meter nach hinten gefetzt. Danke, Kerze. Danke. Boah. Puh. Alter. Ist da was drin? Kann ich da was machen? Nee. Boah, nee, ey. Moment, so kann ich den anderen Kasparl da rauslocken. So, Kerzen sind alles okay. Alles okay. Wenn ich da reinrenne, dann kommt der Herr. Nee, was, ciao. Komm doch. Komm her. Ja, genau. Boah, lädt mich doch. Ist das krank. Ist das assig. Genau, wer hat Lichter angemacht? Du wirst mich verarschen. Hier sind Lichter. Hier sind Lichter. Ich will dich nehmen. Seht ihr das? Oh, there it is. Now I can get into my cellar. Ja, da will ich eigentlich grad überhaupt nicht hin, aber ich nehme an, ja, haut mich alle Lichter nicht hin. Ich brauche Musik. So, la 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 la. Ich brauche Musik. Irgend so, wie Killermusik ist, ne? Wittere. So, ach, da ist keiner mit drin. Ich wette da jetzt irgendwas jetzt. Kerzen sind schon mal sehr gut. Immer wo Kerzen sind, ist immer schön. Das gefällt mir. Das taugt mir. Okay, alles okay. Alles okay. Wahrscheinlich kommen dann gleich irgendwelche Kasper, ne? So, hier. In die Tür kann mich letztes Mal nicht rein. Och, komm. Hat sich's verledigt? Bast. Also einfach Licht. Einfach Licht. Mehr wollen die gar nicht. Dann sind sie alle zufrieden. Ja, ich bin sehr schreckhaft. Deswegen habe ich früher auch die ganze Zeit Slender getockt, Entruhe. Was da was denn? Kann ich nicht aufmachen? Ich will nicht aufmachen. Boajoo. Kann ich dich mitnehmen? Kann ich dich mitnehmen? Kann ich dich mitnehmen? Kann ich dich mitnehmen? Ich kann überhaupt nichts mitnehmen. Ich kann Stulung kippen. Joachim Stuhl mitnehmen, Alter. Gebt dir. Hey, aufzuklopfen, so schalte Stuhl. So, wahrscheinlich war das die ganze Stuhl, die so geklopft haben. Ne, aber da kann ich nichts mitnehmen. Rechts oder links, rechts oder links. Eine Eisentür, eine Eisentür. So, was willst du tun, was willst du tun? Moholy-Kürzner, hey, Hammer. Den, zieh ich den nächsten, zieh einfach einen drüber, ja, so. Oh yeah, bist du Bier? Jetzt kennen wir das bestimmt rein. Ich hätte jetzt gern so einen Wein, ja, überhaupt. Ja, jetzt müsste ich. So, das war's mit dem. Das war's. Uiuiui, was ist denn jetzt alles? Ich blick hier nicht mehr durch. Was ist denn das hier für Maschinen? Muss ich die, brauche ich die? Kapier ich jetzt nicht. , sollte ich das vielleicht richtig anmachen. Hö, hör auf. Leute. Äh, ich vermute mal, meine Badewucht nicht über. Daher machen wir hier eine Stelle mal Schluss. So, ne? Also, man sieht sich. Selbstlos.